Hallo ihr Freunde von lieben Komo, ich muss euch was sagen, es ist toll, aber bitte tut bei VIO keinen Streik, bitte macht keinen Streik bei VIO, es ist nicht gut bei VIO Streik zu machen. Was noch, meine Betreuerin schaut sie auch Videos an, meine Betreuerin Anna schaut sie die Videos an, liebe Grüße und was noch, ich bin heute bei euch zu sagen, es ist so schön, es ist so heiß, Puh heiß, Wahnsinn, okay. Puh, Wahnsinn, okay, 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 so beruhigt dich doch mal, okay, heute ist ein schöner Tag, ich grüße euch alle, von allen Leuten grüße ich, was schaut in meinen YouTuber links, ich danke euch vielen, um treu zu bleiben, bitte kein Streik bei VIO, bitte, das dürft ihr nicht, das ist nicht gut, Das hat mir niemand gesagt, dass ich VIO sage, das aber ich sage von mir aus, okay, hat einer gesagt, dass ich das sage, dass ich das kein VIO Streit ist, ich darf nicht lügen, ich muss die Wahrheit sagen. Er sagt, komm, ist ein VIO Typ gekommen, ein, ich glaube Moderator oder Skript oder so, hat zu mir gesagt, ich soll ein VIO machen, dass keiner streikt in VIO, dass wieder Leute spielen, es tut mir leid, ich kann nicht, ich muss die Wahrheit sagen. Was noch, äh, bitte, kein Streik in VIO, warum, das ist nicht gut, und keiner soll streikt in VIO sein, das ist nicht gut. Äh, ich bin okay, ganz gut, ich habe neue Kette bekommen, neue Kette von, äh, Kreuz, also, ich glaube an Gott, und ich glaube an mich, an Gott, glaube ich, habe neue Kette bekommen, und was noch, äh, es ist so schön heute, heiß, aber so schön ist es, Dingale, 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 oder? Oder Dingale, ja, ah, ich glaube, ja, backen, 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 backe, Eier, wie wollen wir backen, Kuchen, wer hat den Bäcker gerufen, der BIO hat den Bäcker gerufen. Ich rufe den Bäcker, der Bäcker ruft mich, und ich komme zu, keine Ahnung, wie das funktioniert, das licht. Alle meine Entleien schwimmen auf den See, schwimmen auf den See, Käptchen in dem Wasser, Popo in der Höhe, oder stimmt doch so, oder? alle meine Entlein schwimmen auf der See, schwimmen auf der See, Köpfchen in dem Wasser, Marihuana in der Höhe, oder so, keine Ahnung wie das heißt, oder das Lied, Ja, 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 Ja. Und wir fliegen umeinander, wir fliegen umeinander, und tup, 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 tup. Wie sagen wir, Komo ist verrückt geworden, aber bitte kein Streik im Video, bitte kein Streik, es ist nicht gut im Streik-Video, bitte, 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 und alles Gute, ich wünsche euch euer lieber Komo, Puppi, Puppi, Puppi.